Ja, ich hab's nicht gecheckt, ähm, so, können wir, ja, perfekt, also, geht los, perfekt, ähm, ich will nur kurz noch ein was machen, ähm, ich hatte grad Shift gedrückt, oh, zum Glück hat gar nicht, aber ich hab grad Shift, ich hatte auch raus aus dem Shift gedrückt, aber da ist nichts passiert, zum Glück, sonst wär jetzt unser Eisenberg gewesen. Junge. Ja, komm, die Schafe durch, durch die Schafe, verpiss dich, du Kackschaf, verpiss dich, das kann nicht sein, so, okay. Okay. So, dann hol ich mir noch mein, äh, schönes Diaschwert, was ich hab, und dann gehen wir, ne, ich nehm mir noch ne Picke. Haben wir noch irgendwo ne Picke? Ja, hier. Brauch ich sonst irgendwas für netter? Nö, na, essen. Ja, kommt essen. Ja, kommt essen. Ja, gut, können wir dort drüben. Äh, essen. Hä? Fleisch? Ah, hier. Reichen zwölf. Schweinefleisch. Ich hab neunzen mal mit. Ähm. Ja, boben. Ja, so, pam. Los geht's. Los geht's. Los geht's in the Nether. Du hast die Spawnregion noch nicht abgecheckt, ne? Ne. Das ist das erste Mal, dass wir's durchgehen. Ah ja, und wir hätten gleich fucking mitnehmen sollen. Das ist ganz schön. Oder? Ne, okay, Digga, das... Hä? Weißt du, was lustig ist? Wir sind genau mit dem Nether, äh, der mit dem Nether Portal vom Spawn verknüpft, lol. Komm einfach mit. Einfach hier gerade. Alter, diese riesigen... Junge, was ist das? Wir müssen hier runter. Und dann hier vor... Hier gibt's uns genügend Kies. Ja, ja, hier gibt's genügend Kies. Und da sind wir schon an unserem Ort des... ...der Begierde. Ja. Ja. Ja, das gehört, da sind das Don. Das ist ekelhaft. Ja, wir brauchen nur die Lohn. Mehr brauchen wir nicht. Ja, Digga, ich hätte hier schon gern ausgeleuchtet. Das ist kacke. Alter, wie schnell! Digga! Jo. What? What the fuck? Ja, ich weiß, dass es zählt. Ich komm wieder. Digga, what the fuck? Aua, ich hab Angst. Es hat... Es hat hier erschwert gedroppt. Ja, das war meins. Der Thieveskelett kann einfach, äh, mein Zeug anscheinend klauen. WTF, Alter. So, ich komm wieder. Gib mir das bitte wieder. Oh Mann, ist das dumm. Das ist ja so stupid. Das ist ja so stupid. Oh Mann. Hey Digga, die attackieren mich ja sogar. Die scheiß, äh, Pigments. Ich hab die nicht mal angegriffen wie Dev. Hä, warum? Ja, seit wann? Ich hab die nicht geschlagen. Die sind einfach aggro auf mich. Was soll'n das? So, ich bin jetzt hier. Das ist ein Giant... Das ist ein Giant Pigment. So, äh... Wie sieht's groß aus? Hast du mein, äh... Giant Pigment? Ja, ja, so. Ja, bist du noch da hinten? Hast du das? Ja. Job? Hier. Achter. Hab ich die gedruckt, ja. Ja, ja. So, jetzt brauchen wir noch Lohn. Digga, das Ding dürfen wir nicht angegriffen. So, Lohnspawner. Bam. So, jetzt müssen wir vielleicht wie ein Map einbauen. Zwei Lohn roten schon? Anschallah. Müssten wir das Ding eigentlich freigraben, damit das Map droppt? Also den... Ja, freigraben und wenig einbauen, ja. Ja, ja. Okay. Ja, aber halt du die einfach fern, ich mach das hier schnell. Ja, ja. Hier ist der Tod. Wie viel denkst du wollen wir ranholen? Also ich hatte schon überlegt. Wir holen uns einfach richtig viele. Ja, Digga, da konnte ich jetzt auch nichts machen. Dass die dich einmal... Wir holen uns richtig viele und bauen uns dann einfach ab. Den Lohnspawner. Ja. Das ist ja eigentlich auch sinnvoll so. Das Problem ist halt nur, wenn wir halt wirklich viele Waffen haben wollen und so, dann brauchen wir halt richtig viel Gunpawn. Das heißt, wir sollten schon so 32 oder noch mehr mitnehmen. Das dauert ewig, bis wir die haben. Naja, aber direkt auf MG schützen. Okay. Ja, scheiße, der ist jetzt weggeflogen, die Blaze. Komm mal hier wieder. Ach, scheiß Blaze, Alter. Oh, jetzt schießt auch noch der Geist. Oh, come on. Ach. Ach, Digi. Das ist schlecht. Oh. Das ist echt kacke hier. Ich hab mal ein paar Probleme. Hm. Hm. Warte, wir müssen den stehen lassen und wir... Äh, Digi. Wie hat der mich denn in Flammen gesetzt, dieses scheiß Ding, Alter? Ach, ja, ja. Ach, genau. Hm. So ein Hund. Oh, das ist tot. Wer lieben. Ach so. Ach so. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ich würd' sagen, das zählt ja... Ist ja kein Monster an sich gewesen, 2A. Also im Gegensatz zu mir. Ja, das find ich ja okay. Monster nur PvP-Kills. Also ein- und auslocken. Geil. Damis allein, eigentlich können wir raiden gehen. Ja, los geht's. Was scheiße, Digga, warum fliegen die da immer so hoch? Ey, wirklich, los geht's. Weg mit dem Hohen Sohn. Ja, das dumme ist, wenn wir da ankommen und er hat immer noch die Barrette, weißt du was ich meine? Wir können die Barrette abziehen eigentlich. Ja. Wenn wir ihn, wenn wir ihn gekillt bekommen. Er ist ja wahrscheinlich im Inventar obvious. Äh, gekillt bekommen wir ihn sicherlich. Wenn er dir wieder einen Headshot drückt, wie groß er ist. Digga. Wirklich? Digga, der ist jetzt in den Rapid-Fire-Modus, Alter. Was ist das? Ich will mich kurz zurückziehen, Alter. Oh, Mann. Ey, sind die immer noch auf mich konzentriert? Sag mal. Haben die noch immer Bock? Ne, die wollen dich. Ne, immer noch. Boah. Die sind auch so penetrant. Ey, ne, jetzt sind die auch noch vergaast. Ne, das ist halt wirklich so anstrengend. Naja, wir haben noch zwei, zwei, äh, Pistolen. Ja, aber denkst du, die machen so viel Damage? Naja. Die Frage ist halt, wie viel Level hast du? Ja, nicht wenig, äh, nicht viel. Wehe, weil, ja. Ja, ich hab drei. Ist doch auch runtergefallen? Nein, ich bin mit Abster runtergesprungen, weil die Lohn hier unten... Uh. Ja. Ich hab drei Herzen. Warte mal. Ich will erst mal regenerieren. Ich geh da nicht nochmal raus. Sonst sterbe ich ja nochmal. Das wollen wir ja nicht. Erstmal regenerieren. Oh man. Oh man. Ich hab schon sechs Lohnrouten, du. Gar keine, oder? Oder hast du eine? Ne. Ja, schade. Bin normaler. Licker. Ja. 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 Äh. Die sind aber auch am ekligen Spot. Warum kriegt man überhaupt durch so'n scheiß Fire Charges so viel Knockback? Irgendwie machen die Fire Charges weniger als, weniger Damage als den normalen Minecraft. Aber wir haben ja Knockback gefühlt. Ja. Hm. Hm. Nee. Die sind da außen fliegen. Die sind so ekelhaft. Die sollen mal hier an den Mann rankommen, Alter. So, wollen wir erstmal den Spawn zubauen? Ähm. So, das können sie mal spawnen. Ja. Wär, wär schon, wär schon mal, wär vielleicht gut. Äh, äh. So, jetzt sollten sie nicht mehr spawnen. Und danach preparen wir uns erstmal. Ja. G-G-G-Prono rausgehen. Direkt treffen sie. Wir wissen ja nicht mal, wo ich stehe, Alter. Was ist das? Fick dich. Scheiß Blazes. Hä? Ja. Oh Gott. Wie, 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 wie low, wie low? Die Herzen. Oh, die hab ich weggemacht, glaub ich mal. Alter! Wenn du um diese Wand gehst hier, dann siehst du einfach so 8 Stück. Oh Gott. Junge. Die, von wegen die spawnen nicht mehr. Scheiß Dreck. Äh, warte mal. Alter, wir können jetzt 12 von dem Dust machen. Von dem, äh, Luhnruten Staub. Daraus können wir 24 Gunpowder machen. Hast du nicht gesagt, irgendwie ist es schwer zu farmen? Ja. Echt, also, der andere Dreck. Du brauchst, glaub ich, noch Schwefel. Davon haben wir auch was, gell? Glaub ich. Jedenfalls. Äh, Kolo und Redstone. Ich hab auch was einstecken gerade. Ja. Das ist ja nichts eigentlich. Ja, ja. Aber deswegen, ja. Aber deswegen würd ich gehen trotzdem ein paar Belay Swords. Fick dich. Oh nein. Das war dumm. Oder? Ich geh erstmal wenig, was irgendwas zu farmen. Hier gibt's ja auch irgendwie, ähm, Erze, wie ich gesehen hab. Ja, ja. Diese blauen Erze sind, äh, was ist das nochmal? Hm, ich seh es. Oh, hier bist du. Kobalt. Kobalt, ja. Kann man, glaub ich, auch für irgendwas gebrauchen. Nur leider weiß ich nicht für was genau. Aber für irgendwas brauchen wir bestimmt. Hm. Ich hab jetzt 7 Rods. Ich brauch anscheinend, äh, äh, okay. Eisen, oder was? Eisenpicker. Ne, ich hab ja dir mit, dir mit, also an sich kein Problem. Aber. Ja, das sind noch viel zu viele. Als Kobalt abgebaut hab ich irgendwie nicht so. Ja, ja. Ja, wir nehmen erstmal die 7 Rods. Das müsste eigentlich erstmal reichen. Ja, wir wissen nur wo es ist. Ja. Die gehen mir so auf den Sack. Und ich will nicht so viel Zeit bei denen verschwenden. Da machen wir uns jetzt unsere ersten, ähm. Das Problem wird nur sein jetzt. Wenn Nacht ist und wir am Spawn rauskommen, weil der übereinstimmt mit dem, wär scheiße. Seh nichts. Bist du hinten? Ne, hier den Berg links, wieder hoch. Weil, wir müssen ja wieder hoch. Ne, wir müssen schon bei uns eigentlich rauskommen. Und wir sind eigentlich schon relativ weit vom Spawn entfernt. Ohne Neues zu kommen. Ja, aber es ist halt das gleiche Portal. Die sind halt miteinander verknöpft. Wir sind mit den gleichen Portalen. Eint. Das ist komplett weird. Ich dachte auch. Ja, eigentlich sind das jetzt in der Overwood mindestens. Fünf. Ja, ja. Aber es ist irgendwie das gleiche Portal. Digga, die 1.7.10 war noch nicht so fortschreitend. Lass mich. Wenn ich jetzt am Spawn rauskomme ich am Arsch. Das wär scheiße. Ja. Spawn. Das ist so ein Bullshit. Das ist so ein Bullshit. Oh man. Was machen wir jetzt? Es ist Nacht und wir sind am Spawn. Wir müssen halt wirklich zur Dummy gehen, oder? Aber dafür brauchen wir die Waffen. Ja. Keine Waffen oder so. Hm. Eigentlich müsste man bis Tag warten und dann wieder zurück. Ja. Zu unserer Base. Hm. Willst du gucken ob hier noch was drin ist? Hehehe. Hä? Hast du da DIA1s bekommen? Ja. DIA Block. Stark. Hab gezogen. Oh man. Gibt's hier was drin? Höllischer Stein. Oh hier ist was drin? Ähm. Ja. Wow Ragnar. Wirklich wow. Ähm. Mach mal. Wenn man hier ist. Wenn man hier ist. Portal. Ne scheiße. Es ist kacke. So oder so. Ähm. Ist das ein Beacon da hinten? Nein. Das sind die Todespunkte oder die Spawn äh die Dinger die du markiert hast. Ich hab da nichts markiert. Ich hab da nichts markiertes. Oh doch. Ich mach's zurück. Also so Base in die Richtung. Oh man. Ja. Ich glaub das geht auf ihr Tag anscheinend oder? Hä? Wird's heller? Du siehst das Stroh auch hier? Ja. Ja das sind Deckungsmöglichkeiten. Die dürfen wir nicht abbauen. Die dürfen wir im Water nutzen. Nein wir machen kein Essen da draußen. Du kannst ja was haben. Äh nochmal. Ich hab nur Möglichkeiten gesehen. Jaja. Würde ich ergreifen. Ähm. Oh. Mushrooms. Was machen wir denn? Wir zurückgehen. Wir versuchen. Naja das wird nicht klappen. Naja das wird nicht klappen. Aber wir können probieren. Aber wir kommen nicht bei uns raus. Das ist ja auch zu schön. Eigentlich einfach durch die andere Seite da rein. Hä? Hä wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir woanders. Hä? Echt? Ne. Gleicher Dings. Hä? Aber was laberst du? Ja das ist doch dumm sein. Halt die Frist. Serious one. Ne ich geh jetzt wieder durch. Ne ich geh jetzt wieder durch. Ne. Ich geh jetzt so lange durch wie es klappt. Ähm. Es wird nicht klappen. Oh. Wenn du wieder. Wenn du wieder hier bist. Ja dann laufen wir dann. Oder laufen wir jetzt schon. Wiss nicht. Und scharf. Hm. Wie lange haben wir noch. Wahrscheinlich noch so. 15 Minuten oder so. 20 Minuten. Wir waren eigentlich nicht lang. Oh man. Ja. Vielleicht sollte man einfach so laufen. Es sind dann 500 Pergut oder so. Ja ja. Wenn wir auf die Kohnenspitzen kommen. Das ist vielleicht ganz gut. Mhm. Ja. Perfekt. Aber es ist dunkel. Man sieht absolut gar nichts. Augen zu und durch ja. Nein. Dicker. Dann passiert wieder das wie bei mir in der fünften Folge. Ich fall runter. Creeper. Boom. Genau das wird passieren. Wo bist du hin? Hier ist ein Öl. Hier ist ein Ölfeld. Ich bin. Ganz nah bei dir. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Dicker. Warum dauert der Tag auch. Äh. Die Nacht dauert immer so lang. Alter. Was ist denn das da? Äh. What? Was denn? Da leuchtet sich was rot. Auf und ab. Und. Hä? Ich sehe da mehrere Spinnen. Ja ich sehe eine Spinne. Ja ja. Alter. Kann es bitte Tag werden? Äh. Es brennt ins Gelöte. Okay. Digga. Als ob. Hä? Wir müssen zurücklaufen. Wir müssen unsere Waffen für morgen craften. Scheiße Digga. Das wird. Ja. Schön wahrscheinlich oder? Und dann wollten wir noch einen Raidangriff auf Dummy machen. Ekelhaft. Gehen wir hin. Ja ja. Ich bin. Ich bin. Ich mach ganz schnell den Tunnel fertig. Ach so. Ah jetzt wird Morgendämmerung oder? Gönn alter. Mach doch schnell wieder hell. Morgendämmerung muss auch hell sein man. Gönn doch Helligkeit man ey. Ich möchte ja wissen wohin ich geh hier kommen. Stimmt wir wissen ja auch durch. Oh. Ja gut. Schade wär so OP. Jetzt so. Nimm's Fackeln Hand und hast das Problem gelöst. Hast du Fackeln? Nee. Du könntest doch deinen Fortschritt einfach benutzen. Hehehe. Jetzt fucking go. Ja. Ich komm den echt abbrennen lassen. Ja. Echt. Was gehts? Ja bringt ja nix. So das dumme ist halt nur wir müssen hier durch das Öl fällt und das gibt uns wieder also würd ich erstmal. Ja rechtes. Komm auf der rechten Seite. Ja ja. Achso lass es gehen und lass es gehen. Oh ja hier. Stark. Enderman. Gönn. Ich brauch die Enderperle. Hat er gönnt? Ja er hat gegönnt er hat gegönnt. Danke. Ja das war wirklich recht. Das ist wichtig wir brauchen richtig viele Enderperlen. Also vier Stück eigentlich nur aber. Ja richtig viele. Richtig viele ja vier Stück eigentlich. Ja deswegen wollte ich auch letztens den Enderman haben aber der hat nicht gedroppt der Wichser. Und da ist ein giant spider. Am Strand. Ja lauf einfach oder? Ja keine Ahnung. Lauf einfach. Wir laufen jetzt einfach. Was ist denn hier vorne links? Das ist immer noch das äh eine Trophy Battle. Das ist in dem Labyrinth. Also da ist ein Labyrinth. Da ist an jeder Ecke ist ein Team mit Waffenequipment. Digga da gehst du jetzt nicht rein und checkst das schon. Aber aber aber. Dann spätet man sich und wer zum Schluss überlebt hat gewonnen. So. Der Schrofflinder ist der erste Schuss und aus. Achso. Das ist aber ich nämlich nicht der seine ohne Schrofflinder. Also eine Interpol das ist super. Blazworlds. Hammer. Perfect. Eigentlich sind wir gut equipped würde ich sagen. Ähm. Wir können unsere Waffen jetzt machen. Du hast sagt L96. Okay. Perfekt. Dann machen wir die. Das ist ein guter Sniper. Ähm. So jetzt. Komm. Zeit sparen. Gönn doch. Was ist denn das für logisch. Brennende Kuh. Safet sich in dem Sinn Öl springt. Äh. So. Also wir brauchen für. Oder Gunpowder. Machen wir. Ich guck nach. Gunpowder. Brauchen wir. Pyronomie. Das den wir brennen müssen. Das heißt du. Und den machen wir aus Schwefel. Redstone. Pulverized Coal. Und Lohnstaub. Schwefel. Haben wir Schwefel? Ja. Ich glaube. Eben Schwefel haben wir mindestens. Ja. Guck mal. Wir haben 65 Schwefel. Äh. Ja. Das ist stark. Das nehmen wir. Äh. Redstone. Brauchen wir auch mal. Pyronomie. Das ist. Äh. Mit Lohnstaub. Lohen. Wo ist denn das? Hä? Habe ich den nicht gerade reingetan? Ach doch hier. Fackeln. Mitnehmen. Ich mache damit meinen Job. So. Dann machen wir hier. Schnell mal hier. Bam. Und dann. Äh. Digga. Sparen. Habe ich ein wenig. Ich glaube es reicht. Bam. Jetzt. Ab in die Biene. So. Pub. Das brauchen wir nicht. Pub. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das können wir weg tun. Ähm. Was wollte ich jetzt noch? Ach ja genau. Äh. Einmal bitte schön. Und einmal. 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 ein Beispiel. Einmal. 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 Mensch. Einmal. 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 suppressed. Bei Spefel haben wir ja, also 64 reicht ja ob wir sie erstmal für das erste Gunpowder aber wenn wir keinen Ton haben, können wir die Waffe nicht craften. Ja. Wir brauchen einmal 12 für die Waffe, also 24 insgesamt. Plus nochmal wie viele Magazine machen wir? Schon ein paar? Drei? Äh, vier eigentlich oder zwei Magazine, oder? Ja, ja. Okay, dann brauchen wir da auch nochmal 6, 12, 36. Das heißt, wir brauchen... Ich glaube, dass du da gut mitkommst. Echt? Ja, wenn wir so viel Schwefel äh, nicht so viel Schwefel, äh, so viel Ton brauchen, das ist schlecht gut, wenn wir gleich da nicht suchen gehen. Äh, gut, okay. Dann, äh... Aber wir haben fast das Deck Schwefel mitgebracht. Gut. Äh, wo wollen wir suchen? Also für draußen sind wir mehr gesperrt. Also... Da vorne müssen wir ein Farmending suchen. Ja, ach, scheiß. Und wo ist es denn? Juts. Da, die ist schon genau. Ja, wir haben... Du müsst ja irgendwann in den Fluss kommen. Oder die Vieles. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, wir halt so... Decke, Tonprobleme, Digga, nee. Seht schon, Damien und so haben, da drüben wir so normal, ganz normal Ton. Ja, ja. Und Sand, ohne Ende, Kies ohne Ende, durch den Leder. Naja, Kies und Sand wird da jetzt auch nicht mehr so ein Problem. Das ist halt jetzt nur noch Ton, Alter. Eigenscheiße. Wo war der Fluss? Ja, kein Fluss. Aber vielleicht finden wir irgendwie irgendwo hier einen Fluss. Ist das Ton? Ja. Ich hab vier Ton. Nimmst du und nimmst du. Oh, Alter, was ist er denn? Junge, einfach, einfach Zombie mit... Ähm. Das ist ein Creeper, nehm ich was. Ist das für ein Creeper? Armour Creeper. Ah, okay. Hält was aus. Oh, ja, hält was aus. Oh, Mann, warum? Digga, ich will da nur Ton. Gibt es vier Ton? Nee. Nee, gibt es nur Stein. Äh. Digga, wir brauchen... Äh, Digga, vier Ton reicht nicht. Mit vier Ton können wir vier Fiberglas machen und wir brauchen 36. Digga. So eine Scheiße. Ähm, Ragnar? Ja, alles gut. Ich lass nur ein paar Kübel explodieren. Achso. Ähm. Ach, die spielen hier ohne Optifine, weswegen? Was ist denn das für ein Creeper? Was ist denn hier in diesem Wald los? Ich seh schon. Alter, Junge. Nein, Riesencreeper. Fuck. Der hat sich jetzt in drei kleine gesplittet. Och, Bruder. Mann, der Scheiß. Gibt es hier Ton? Hier ist Ton, hier ist Ton. Hast du Ton? Hier ist Ton. Hier ist Ton. Der Ultra-Mini-Creeper und ich bin... Oh, Alter. Junge, sieh, die ganzen Mobs. Junge, sieh. Lauf, lauf, lauf links. Ich muss erst mal hier. Okay, die, 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 die... Digga, ich seh hier so viele Mobs. Nein. Yo, what the? Oh, no. Ist dort gestorben? Du darfst ja wiederkommen. Du darfst ja wiederkommen. Oh, no. Das wird zwei Leben verlieren. Ach, nee, Alter. Ach, nee. Naja, Mob-Tode zählen ja nur als halbes Leben. Also haben wir ein Leben an sich verloren in der Folge. Hm. Oh, no. Trotzdem Kacke. Ach, Mann. Warum haben wir auch keinen Ton? Das ist doch... Das ist auch Hegnen-Moose. Ja. Also... Was tun wir? Wir könnten halt echt versuchen, dass Dami nicht in der Base ist, weil er obviously auffahren muss. Dann klauen wir Ton von denen. Ohne Waffen. Ich meine, wir haben eh schon gerade verkackt übel. So, warum nicht? No less, no fun, Alter. Dann haben wir... Ich bin zurück, wieder zurück. Ja, ja. Ich laufe auch zurück. Vielleicht finden wir ihn doch umspunnen können, können wir ihn doch mit den Pistolen irgendwie töten. Ja. Wir nehmen einfach Pistole mit und ich baue schnell ein Heli, dann fliegt man schnell hin und dann... Decker, ich bin bitte das tun. Das brauchen wir so safe. Sonst ist morgen scheiße. Dann haben wir keine Waffen. Ach, Mann. So, dann mache ich schnell ein Heli. Während ich das tun... Ach, so die Helisfeuern irgendwie übelst billig. Ja, ja. Wo hat denn der Feuer? Wie weit ist unser Dings schon? Decker, hier läuft ja gar nichts. Lasst mich an Ruhe. Ich bin lost. Unsere Generatoren sind ja leer. Ich habe mich schon gewundert, warum die nicht laufen. Decker, bin ich dumm. Zweieinhalb Minuten. Na, geh mal hin. Können sie auf den Weg... Ach, scheiße. What? Was ist das für den Keeper schon wieder? Warum ist der schwarz? Wenn ich das sehe, ich gecreepst. Warte mal. LOL. Also, warte mal. Wir brauchen kurz ein... Ich bin lost. Warte mal. Rednet Cable. Weil... In... In Ender... Creeper. Was? Was? Nee, das kriegen wir alles so schnell nicht. Hat der dich, oder was? Nee. Aber es ist ja so ein Schwachsinn. Ein Ender Creeper. Kommt der noch auf so einen Schwachsinn? Ja, man kann immer einen booten und so sind kaputt. Und dann werde ich aber noch die aus tun. Oh, nein. Ich mache uns stellen Heli. Ähm. Wie braucht man denn nochmal für den... Oswald Nacht. Oh Gott, nein. Bitte, bitte, bitte. Das war easy, schnell. Krieg mal hin. Aber du kennst nicht, wenn du Heli billiger ist als... ne... als ne Pistole. Ja, ja. Bist du da? Unbounds sind Vater. Da, ich bin da. Okay. Ähm. So. Gunpowder, Digga. Machen wir das jetzt? Ich will... Ja, komm. Ich craft jetzt einfach mal schon ein bisschen. Ach, du hast die auch noch. Ich craft ein bisschen was, aber es wird nicht viel sein. Erstmal 14. So, die müsste ich jetzt... Was? Legt euer Equip... Was? Euer War Equip. Warum? Okay, dann schaffen wir es nicht mehr zu raiden. Fuck. Oder? Wer? Er ist besoffen. Also wahrscheinlich... Wir schaffen es jetzt nicht mehr dorthin wahrscheinlich, oder? Ne. Na, fuck. Das heißt, wir können auch unsere Waffe gar nicht machen. Weil wir kein Pfeibergläs haben. Das heißt, wir kommen morgen mit Pistole, okay? Time Maus. Warum? Hä, Bruder, ist der irgendwie... Ich bin so lost. Oder? Ne. Bin ich besoffen? Die Zelle da wird nicht leer. Und die Maschinen poweren gefühlt nicht. Hä? Bin ich besoffen? Sag mal. Warte mal. Also, der Zell von jeder Seite ziehen. Ne, du mal. So, von jeder Seite ziehen und nach oben ausgeben. Warte mal. Das ist jetzt blau. So, aber... Achso, das ist die hier. What the fuck? Wenn irgendjemand der Zuschauer bitte sieht, was ich falsch mache, sag mal bitte. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Irgendwas mache ich ob ich es nicht falsch. Weil irgendwie... Der... Also, die ganzen... Die hier, die Generatoren, die sind voll, beider. Der Dings ist auch voll. Also, die Maschinen ziehen es nicht, obwohl es eigentlich bräuchten. Ich bin... Ich bin so lost. Weil ich den Input nicht gemacht habe, oder? Mal... Inputtet der jetzt? Warte mal. Inputtet der? Ne, der outputt jetzt alles. Das will ich nicht. Inputtet der jetzt? Ne, auch nicht. So. Auch nicht. So. Ich glaube, jetzt Inputtet er. Digga, das ist so ein... Bullshit. Möchte auch nicht. Soll ich jetzt mein Wartzeug schon wirklich schon einmal anlegen und so? Muss ja irgendwie. Versprechen wir gleich. Ähm. Okay. Ich hasse uns noch ein bisschen das Gunpowder ran. Ein Coal bräuchten wir noch. Dann könnten wir... Ja, perfekt. Ähm. Habe ich hier unten nicht Gunpowder reingelegt? Ja, wollte ich gerade sagen. So, nochmal zwei. Bam. So, wollen wir hier rein. 14 Gunpowder hier. Reingelegt. Ja gut, dann, äh. Weil wir ja keine Waffen haben. Würde ich sagen, scheißen wir auf das Battle. Weil wir verlieren eh. Irgendwie gegen sieben und so. Können wir halt noch mehr was. Ja, ja, aber ich würde jetzt nicht unseren besten Staff riskieren. Was soll ich meinen? Na ja. Vielleicht schaffen wir ja auch irgendwie taktisch besser vorzugehen. Äh. Oder ist das ein Deathmatch? Es, also, es ist ein Deathmatch und alles, was wir mitnehmen, verlieren wir auch, wenn wir versterben. Also, würde ich jetzt nicht, also. Okay. Ne, die heißt es, päuschen wir noch ein bisschen. Oder haben wir vielleicht irgendwie Vorteile, wenn wir irgendwas anderes machen? Äh. Weil sonst was aufgebaut ist. Na ja, wir sind halt im Spawn. Och Gott. Und, äh, fighten halt gegeneinander. Und, also, ja. Also, du kannst halt die Bäume als Vorteil nehmen, aber. Ja. Eher an sich haben wir nicht so viel, äh, nicht so viel Vorteil. Da gehen wir einfach nackt. Denkste? Ein bisschen würde ich halt schon. Also, die Pistole an sich. Können wir mitnehmen. Ich meine, dann hätten wir vielleicht ein bisschen noch eine Chance auf Nahkampf. Warte, ich nehme mir mal zwei und lass dir mal eine. Ja. Ey, lass dir mal die anderen drin. Äh. Ist ja ne, äh, da. Was können wir denn noch nehmen? Ähm. Warte, ich mache mir kurz mal noch, ähm, ne neue Leggings. Weil meine ist halt schon todesbroke. So. Äh, ja. Okay, runter. Äh, ja. Wenn wir noch irgendwas bräuchten. Also, noch irgendwas an Equip Suicide nehmen. Können wir morgen bestimmt auch noch machen. So. Ja, das war's für eine Folge. Wir haben's nicht geschafft, eine Waffe zu machen. Was für ein Traurig ist. Ähm. Ja. Wer der Ton gefehlt hat. Traurig. Wirklich. Ja. Ja, also, dann, äh, war's das von der Folge. Wenn's dir gefallen hat, lass mich da und ciao, meine Freunde. Ja, das war's für eine. Ja. Ja.